Klasse gespielt und edel vollendet. Dortmund führt. Wie auch schon im Endspiel, der Vorbereiter Mkhitaryan, klasse Laufweg, gut freigespielt von Gündogan. Reus an der Abseitsgrenze, aber noch okay. Und dann lässt der Kofner dieses Mal keine Chance, das 1 zu 0. Der 13. Versuch der Dortmunder sitzt. Und es war höchste Zeit.